Wir sind in der Protiker-Kreative Robotik der Kunstuniversität Linz. Wir haben beim Hintergrund zwei KUKA Industrieroboter, die wir gerade versuchen, Metall liegen zu lassen. Jedes Jahr sind wir Teil der Kreative Robotik-Ausstellung im Arso-Iconica Center. Dieses Jahr geht es darum, wie wir Maschinen-Learning und Robotik zusammenfinden können. Was wir bei der Kreative Robotik-Ausstellung zeigen werden, ist das Lösen eines Zauberwürfels. Das haben wir umgesetzt mit zwei Robotern. Und wir zeigen auch einen ganzen Roboter.